Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTR San Andreas. In der letzten Folge hatten wir mit Catalina einen Schnapsladen überfallen, das ja aber leider schief ging. Und wir können uns jetzt entscheiden, ob wir entweder von Catalina die Mission machen oder von Caesar. Die sind beide hier relativ in der Nähe. Ich würde sagen, wir machen die Mission von Caesar. Er sagt ja, das wird ein Autorennen und dann sehen wir auch mal wieder ein Autorennen. Hatten wir ja jetzt länger auch schon wieder nicht. Und wir haben ja auch das schöne schnelle Auto. Und mal schauen, wo der gute ist. Ah, gleich hier vorne. Ah, auf der Farm. So. Wo sie muh. Wenn die Gasoline rauskommt in deinem Van wie die Pärmung, du kennst, wenn es Zeit zu rieren. Ich denke, du bist auf dem Land. Ja, Mann. Mann, CJ, guck. Ihr habt noch nie zu einer unserer Besuchung vorhanden. Wo sind Sie von, Freund? Ich bin Großstreet Family, Los Santo. Was ist das? Relax. Das ist nicht eine Parade, Freund. Aber weißt du, wir müssen vorsichtig sein. Wootsie Moon. Aber meine Freunde mich nennen, Wootsie. Wie geht's dir? CJ. Karl Johnson. Wir sind hier, wir lieben uns für Geld oder Pink Slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck Karl Johnson. There's something real strange about that dude. Be careful CJ. For sure. So, da haben wir offenbar auch gerade Wootsie kennengelernt. Und, äh, Cesar hat uns vor ihm gewarnt. Wir sollen vorsichtig sein. Und wir sind gerade auch nur auf Platz 2, wie ich sehe. So schien wir den ersten hier mal so ein bisschen rum. So, den drängen wir hier von der Straße ab. So. Oh. Oh, 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 oh. Gut. Ich hatte schon Angst, dass wir hier vielleicht ins Wasser fallen. Oh. Also die Chance, dass wir ins Wasser fallen, ist immer noch da. Aber, aber ich hoffe, das passiert nicht. So, und momentan sind wir ja gerade ganz gut. Hinter uns ist auch niemand. So. Oh. So. Dann war... Hier rum... Nee. Hinter uns ist immer noch keiner. Oh. Mist. So. Dann... müssen wir hier offenbar über diese Farm fahren. Und ich... fahr da jetzt hier nicht durch. Oh. Mist. Wenn man da durchfährt, kommt man über so eine Rampe. Und dann... äh... hab ich immer die Erfahrung gemacht, kracht man genau... äh... gegen... das eine Farmgebäude. Und so wie es aussieht sind die... Oh. Da kommen sie. Ich dachte gerade, wir haben einen riesigen Vorsprung. Aber... es war doch nicht der Fall. Hier kommt uns jetzt noch ein Auto entgegen. so... war... so... war... und das Rennen müsste auch gleich vorbei sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und... es ist hier vor... Nein, hier ist noch nicht vorbei. Ich glaube, wir... äh... können später auch nochmal... ein Autorenn machen... was dann... glaube ich dieselbe Strecke bloß umgekehrt ist. Oh. Und da hätte ich gerade sogar fast noch einen Polizisten überfahren. Blöd. Naja. Kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Oh. Ja, also meine Fahrkünste sind heute einfach wieder... Die suchen ihresgleichen. So, dann machen wir doch eher die Mission von Catalina, würde ich sagen. Oder wir können die natürlich nochmal probieren. Aber ich glaube, die probieren wir ein bisschen später nochmal. Erstmal... Rauben wir mit Catalina weiter Sachen aus. So, als nächstes dachte ich, können wir vielleicht die Bank ausrauben. Und wir müssen hier hoch hier. So, dann können wir auch nochmal schnell speichern. Und dann... Schauen wir mal... Was wir mit der Catalina überfallen. So, das überspeichere ich hier einfach mal. Und dann geht's. Hey, Catalina, es ist Karol. Kommen, Los geht's. We got banks to rob, Baby. Kommen, Los geht's. In hier, Miamor. Aight, kommen, Los geht's. Du, get your sorry ass in here right now, Karl-Johnson, oder ich schufe das fucking hand-grenade auf ihn. Aight, Los geht's. Schau, Baby, ich brauche das Papier. Oh mein Gott, was in helles Name ist das? Das, du fucking Prick? Das ist ein Rack. Ich werde dich schrauben. Nein, Baby, nein. Bitte, nein. Du hast mir nie geschrieben. Du wirst mich nicht sagen. Du wirst mich wie ein fucking Hör. Wie eine von deinen Hörern. Nein, Baby, bitte. Ich bin nichts davon. Ich werde dich schrauben. Oh, Baby, bitte, nein. Oh, bitte, Baby, nein. Ow! Ey! Oh, stop! Ow! Ey! Oh! Shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh, Jess! 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 Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew you would like it. Look, Baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at it really. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you eat that. Enough! I need some fucking money. Carl? You are really boring me now. Please, sweetheart. I got some real, real deep shit. Okay. Maybe today we can see. Yeah. Da hatte Carl jetzt ja doch nochmal eine schöne Nacht, will ich sagen. Und, ja, diesmal werde ich besser fahren. Especially, wenn du schreit mit B**** on the back, shoot and past your ear. So, und das hier vorne sieht nach einem Wettbüro aus. Dann überfallen wir heute mal ein Wettbüro. Against all odds. Against, äh, Inside Track Wettbüro. So, und wir haben jetzt Rucksackbomben bekommen. Jetzt haben wir hier irgendwo einen Zünder. Ja, hier. Hä? Müssten wir die... Mist, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich meine, das müssen wir doch hier ran machen. So, mal schauen. Ja, jetzt hat es geklappt. Jetzt noch hier am Safe schnell anbringen. Wieder in sichere Entfernung bringen. So, und da ist schon unser Geld. Okay, I got it. About fucking time, you're a fucking sloth. Whatever, let's roll. Get in that fucking car. So, dann steigen wir hier ein. Wir haben jetzt vier Sterne. Du hast verstanden. Fahndungssterne. Begib dich zum Paintway. So. Ich hoffe, die erwischen uns jetzt nicht. Und ich hoffe, unser Auto hält bis zum Paintway durch. Oh, Mist, 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 Mist. Wah. So. Schnell, 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 schnell. Oh. da kommen auch schon zwei helis wenn ich es richtig gesehen habe und da ist gleich das nächste polizeiauto so hier schnell rum hier schnell rum wohnung war Hilfe Hilfe ich höre schon einen Heli über uns und hier vorne hier vorne ist das Paintway nicht mehr weit ich hoffe die K macht es noch mit ach hier ist ja die Gegend wo wir Katarina kennengelernt haben oh 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 gut das war knapp aber wir haben es geschafft so äh ja dann können wir so dann können wir Katarina wieder nach hause fahren jetzt muss ich noch mal ganz kurz ins paintway ich habe nicht gerade ich hatte mich gerade ein zivilisten noch überfahren und sobald diese also solange die stellen blinken heißt das man darf niemanden überfahren man sollte sich dann relativ an die regeln halten und sobald die nicht mehr blinken kann man wieder so fahren wie immer ja und bevor ich jetzt hier die zeit vergesse würde ich sagen wir fahren katalina in der nächsten folge nach hause ich sag danke für's zu sehen und bis zunächst mal euer frido ciao